Die Inhalte von Shabab sind Satire und dienen der Gesellschaftskritik. Alle Figuren und Ereignisse in diesem Video sind fiktiv. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir machen einen Talk. Investigations, Motherfucker. Wer macht Auge? Das ist erstens eine Lüge. Ihr wisst, ich äußere mich so gut wie nie. Das hier ist aber ein Vorhof, Bro, der ist so wack. First, do your research, bevor du über mich judgst, weil, Bro, sonst stehst du einfach peinlich da. Wallah, ich lüge nicht. Es soll nicht behindert klingen, aber wirklich, wenn du nicht weißt, dann rede nicht. Do your research. Ich rede die Wahrheit. I don't give a fuck. Halt deine Fresse, halt deine Fresse, du Fotze. Ich schwör's dir, boah, wie du mich aufregst, Alter. Diese kleine Kahba, diese kleine Kahba. Ich weiß nicht, wer ihr Vater ist, dass sie versucht, aus mir eine Maschara zu machen. Lass mich nicht ihre Mutter ficken. Amen. So was macht man nicht. Und das nervt einfach. Kennt ihr das, wenn ihr so geil seid und euch an einem Tag zwei bis dreimal einwichst und dann die Eier so klein sind wie Smarties und beim dritten Mal wichsen rutscht euch das Ei hoch in die Schamhaare und dann müsst ihr das wieder runterflitschen. Kennt ihr das? Nutte! Nutte! Tut! Tut! Amnach! Und nochmal! Ich krieg seine Mutter, die das gemacht hat. Warum klopft er darauf rum? Was ist los mit dem Typen, Mann? Was machst du hier, Ollen? Was machst du hier? Ja, geh mal weg, ja. Wallah, bitte, geh mal weg, ja. Ballett! Amnach im Land, was hast du gemacht? Juckt das wirklich? Ich bin auf jeden Fall nicht mehr kriminell. Der hat nicht ein Wort geredet. Schweigen ist Gold, Mann. Sag, dieser Schwanz hat nicht ein Wort geredet, ne? Du hast doch geistige Schaden, Alter. Und mir werden hier Sachen vorgeworfen. Leute haben sich zusammengetan in einer Vereinigung, um gegen mich zu agieren. Der Spieß wird hier umgedreht und das lasse ich nicht so stehen. Es wird mir vorgeworfen, ich würde hier Sachen faken. Dabei weiß ich, das ganze Ding ist von dir eingefädelt. Spießumdreherei läuft nicht, nur damit du Bescheid weißt, okay? Was soll das denn? Ich trage Mantel, mein Freund, und damit beende ich dieses Gespräch. Ich trage Mantel. Ist das ja verfickter Ernst? Ein Köfte spieß erst mal, mit gar keinen Reden auch und so. Das sagt ein Blödsinn von Spiegel. D-H desses sind die Laufm geworden. Er war's. Nein, ja, Dicker. Aber es ist auch Playbook, guck mal. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Kennst du den? Ich kenne ihn schon lange. Ich kenne ihn schon, als ich von der Schule gekommen bin, noch früher mit Miri. Und wir haben FIFA gespielt, so zusammen. Man kannte sich schon so. For the sake of the fitna. Osama Bin Laden. Er war's. Wallahi al-Azim, you are gay! Wallahi you are gay! Wallahi you are gay! Ihr Huren-Söhne, ich fick eure Mütter. Alle, wie ihr da seid. Jeder, der... Arme nach oben. Ich hab mich blamiert. Wallahi, ich hab mich blamiert. Ich werde ein Bild von meinen Eiern posten. Jetzt brauche ich euch, entspricht euch genau vor. B Das war's für heute.